Die Arbeitslosigkeit im Erzgebirgskreis ist Ende Januar deutlich unter dem Vorjahresniveau geblieben. Das verkündete Agenturleiter Jürgen Sieg vor Pressevertretern. Aktuell sind im Erzgebirgskreis 15.649 Menschen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,6%. Im Vergleich zum Dezember ist das zwar eine Erhöhung um einen Prozentpunkt, aber gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung um einen Prozentpunkt. Auf der Geschäftsstellenebene stellt sich der Arbeitsmarkt im Erzgebirge sehr unterschiedlich dar. Die niedrigste Arbeitslosenquote hatte unverändert Stolberg mit 6,9%. Danach folgen Schopau mit 7,8% und Marienberg mit 8,1%. Das Mittelfeld nimmt Schwarzenberg mit 9,1% ein, das mit Annerberg-Buchholz, 9,4%, den Platz tauschte. Das Schlusslicht bildet unverändert Aue mit 9,9%. Zum Pressetermin wurde Michael Schröter vorgestellt. Er ist der EURES-Berater in der Erzgebirgischen Arbeitsagentur. Das heißt, er hat für das Erzgebirge den europäischen Arbeitsmarkt im Auge. In Tschechien ist Schröter, der mit einer Tschechien verheiratet ist und die Sprache des Nachbarlandes beherrscht, in Karloviwari 14 Tage als Ansprechpartner vor Ort, in Komodow einmal im Monat. Der Erzgebirgskreis verzeichnet eine Zunahme bei den Beschäftigten, die aus der Tschechischen Republik kommen. Waren es am 30. Juni 2011 97 Beschäftigte, gingen Mitte 2014 bereits 480 Tschechen und aktuell geschätzt über 500 im Erzgebirgskreis einer Arbeit nach. Wie Michael Schröter mitteilt, wird es am 17. März in Karloviwari zum 13. Mal eine grenzüberschreitende Jobbörse geben. Agenturleiter Jürgen Sieg ergänzt, dass seine Agentur in diesem Jahr 50 Jugendliche aus dem EU-Raum, darunter natürlich auch aus Tschechien, für eine Ausbildung im Erzgebirge begeistern will, um zu helfen, die Fachkräftenachfrage zu decken.